So, willkommen in meinem Tutorial, wie ihr euch Minecraft und Ubuntu bzw. Linux runterladen und installieren könnt. Also ihr geht auf minecraft.net, auf Download, das dauert bei mir immer eine Weile, Internet. So, dann downloadet ihr euch diese minecraft.jar. Speichern unter, Desktop und jetzt speichern. Die Datei hat es heruntergeladen und wir minimieren das jetzt. Dann habt ihr hier die minecraft.jar. Da geht ihr Eigenschaften, Zugriffsrechte, Datei als Programm ausführen, klickt dann Schließen. Dann könnt ihr hier eure minecraft.jar starten, gebt hier euren Benutzernamen ein, muss immer kurz warten. So, neuer Passwort. Klickt auf Login und dann lädt ihr euch minecraft herunter. Das dauert jetzt auch kurz. So, wie ihr seht, startet minecraft jetzt mit der Beta 1.8. Das ganze läuft jetzt ein bisschen langsam, weil das mein alter Computer ist. Können wir das schließen. Dann zeige ich euch noch, wie ihr Mods installieren könnt. Und zwar geht ihr in euer Terminal. Dazu klickt ihr hier drauf. Gebt ein Terminal. Und wählt dann das hier aus. Ich nähe immer das da. Jetzt geht es schneller. Dann gebt ihr ein. Nautilus. Strich. Strich. Benutzernamen. In meinem Fall Dominik. Dominik. Strich. Und dann Punkt Minecraft. Strich. Drückt Enter. Und dann startet euch hier der Minecraft-Ordner. Da habt ihr eure Saves drin. Dexturen-Packs. Und hier die Minecraft.Jar. Die ihr dann mit dem Archiv-Manager zum Beispiel öffnen könnt. Und euch dann hier die Mods reinziehen könnt. So, das war's dann auch von diesem Tutorial. Und wir sehen uns wieder im nächsten Tutorial. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020